Zum ersten Mal hat eine Mannschaft in der Geschichte des Europa-Cups einen 0 zu 4 Rückstand aufgeholt. Und jetzt erinnern wir uns ein bisschen mit Schrecken an die Wette von Herbert. Wir müssen die Boxershorts anziehen und das haben wir natürlich auch gemacht. So schauen sie aus. Sehr schön. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen noch... Herbert, passt das am besten? Ja, ich finde auch. Eine gute Nacht. Meine ist die schönste. Wirklich.